Fußball-Wetten 4.10.2019 Gewinn, 3416 Euro Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Auch für den 4.10.2019 haben die kostenlosen Prognosen mal wieder voll getroffen, auch wenn ein Spiel nicht gewertet werden konnte, viel Öleicht werte der Gewinn dann wesentlich höher geworden, da dies ja nur mit Quote 1.0 berechnet wird. Trotzdem bei einem 1-Asts von 128 Euro sind es eben immer noch 3416 Euro Nettogewinn geworden. Freizag 4.10.2019 Visualize-Trainue-Positionierung Nach Otze Seite 2 Darmstadt Karlsruhe 0 und 2 1 zu 1 3 Euro 20 3 Euro 20 Stuttgart-Wiesbaden 1 und 2 1 zu 2 7 Euro 50 24 Euro Oerdingen-Magdeburg 1 und 0 0 0 3 Euro 40 81 Euro 60 Istanbul Antalüspur 1 und 2 0 zu 1 8 Euro 652 Euro 80 Hertha Düsseldorf 1 und 2 3 zu 1 1 Euro 90 12 12 40 32 Euro 30 844 Euro 99 Restia Sassolo 1 und 2 ohne 1 Euro 3844 Euro 99 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 gleich 128 Einsätze Schrägstrich Minus 128 Euro 3716 Euro 99